Ich glaube, dass Erling über Jahre, wenn er gesund bleibt, natürlich noch viele großartige Einzeltitel gewinnen kann. Aber das Schöne bei Erling ist auch, ihn interessieren vor allen Dingen die Titel mit der Mannschaft als Team gemeinsam und das ist das Allerwichtigste. Wenn du jetzt nur alleine ihn als Stürmer siehst, gehört er sicherlich zu den Top 3 der Welt. Für mich persönlich, was er momentan macht und auch seine Quote in den letzten Wochen und Monaten, das glaube ich herausragend entspricht für sich. Er hat jetzt auch schon diese Saison ein paar Assists gesammelt. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe hier in Dortmund, habe ich ihn mal nach Flankenköpfen sehen. Das war, ich glaube, das konnte ich zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen besser. Das hat sich auch alles geändert. Er ist, glaube ich, auch bei Flanken, das hat man in Leverkusen gut gesehen, auch sehr, sehr gefährlich, kopfballstark. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo man bei ihm nicht genau weiß, wo es am Ende enden wird, weil er entwickelt sich stetig weiter und hat einfach nach wie vor auch auf dem Level, auf dem er schon ist, ein extremes Potenzial. Ich glaube, das ist so ein bisschen zu sehen.